Ja, moin Leute und willkommen zu einer, oh, weiteren Folge Minecraft Dungeons. Wir machen gleich die nächste Mission. Ihr kennt das Spielchen ja, immer hier. Zack, 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 zack. Standard, so, Mission starten. Jo, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Die Kakteen-Schlucht. Das Illiger will mithilfe einer Macht, die tief in einem uralten und vergessenen Wüstentempel ruht, eine Armee aus Untoten beschwören. Diesen Tempel zu finden ist jedoch keine einfache Angelegenheit, denn der Zugang liegt versteckt in einer tiefen Schlucht, in der sich vergessene Geheimnisse, aber auch hinterlistige Kreaturen verbergen. Gleich geht's weiter. Ich darf nur mal einen Schluck trinken. Muss auch mal sein. Das ist, wenn man nicht vorbereitet ist. So hat man es. Gut. Dann legen wir mal los. Wie immer, dem Pfeil da folgen. Neues Ziel, finde den Tempel. Konnte man nicht auf die Sicht drehen? Ne, die konnten wir nicht drehen. Einwurft sich weiter. Okay, okay, okay. Achso, die Karte konnten wir noch aufdecken. Genau. Wie im alten Diablo damals, ne? Ich mache im Nahkampf alles platt im Moment. 20 Schaden und 16 war es jetzt mit dem Bogen. Ach, stimmt, die kommen ja auch Metzeln. Oho. Die haben eine Armbrust gekriegt. Ich finde, trotz alledem ist es immer noch viel zu einfach gehalten. Und jetzt laufen wir nochmal da zurück. In der Hoffnung, dass da eine Truhe oder irgendwas ist, was eh nett ist. So ein Pfosten steht da noch rum. Aber nix. Ja gut, es gibt ja auch Punkte. Achso, ich wollte mal kurz im Inventar gucken, wie ging nochmal da. Ach, da. Die hat... Müssen wir mal testen. Also, ich mache jetzt noch keine... Bewusst noch keine Verzauberung. Ich will sie erstmal testen. Ja, 27 Schaden. Mit dem Bogen waren wir bei 20 Schaden. Das heißt, die Armbrust macht mehr Schaden, wie wir im Nahkampf. Okay. Okay. Ja, nimm mal alles mit. Boah. Oh, 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 raus da. Okay. Wer kommt da her? Wer kommt her? Boah. Wir gehen aber da hinten nochmal lang. Wir müssen ja alles erkunden, ne? Ich finde es halt immer noch schade, dass man hier nichts bauen kann. Ich hätte mir schon längst hier einen Tunnel reingegraben. Und ich glaube, am Ende müssen wir mal zum Waffenhändler gehen. Mal gucken, was der so für uns hat. Ah. Okay, wir laufen jetzt mal da bewusst weiter. Vorrede. Vorrede. Ach so. Jetzt gehen wir nochmal den töten. Und... ...kommt dann noch irgendwo einer. Toll, ich dachte, den kann man da hochwerfen. Aber nein. ...komme ich da auch irgendwie mal hoch? Ah. Entzünde die Leuchtfeuer. Wo sind die? Ah. Überall. Ach, da ist eine. Ah, wir haben Levelaufstieg gekriegt. Sehr schön. So, und da vorne ist noch einer. Oh, echt? Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurück. Ah. Warum kann man eigentlich nicht springen? Ja, ich muss da hinten wieder hoch, dann über die Brücke. War ja irgendwo auch klar, weil sonst wäre ja da keine Brücke, ne? Ah. Ah, jetzt gehen wir wieder da runter. Komm wieder nicht hoch. Ah, was ist das denn? Echt jetzt? Und nochmal über die Brücke, weil es so schön war. Ah, wir gehen erst mal da hinten rein. Ah, hinten rein. Hallo, Kuh. Achso, was kann ich denn? Die können wir doch verzaubern. Giftwolke beschleunigen, Mehrfachschuss. Mehrfachschuss. Nein, äh. Aber der ist ein lilaner Bogen. Aber der ist halt schlechter. Mal verwerten. Das heißt, jetzt könnte ich da doch noch einen drauf donnern. Ne, kann ich nicht. War ja klar. War ja klar. War ja klar. Ach, Mist, der ist besser als meins. Betäubung. Schwächung. Bluthebel. Das hört sich gut an. Ja, ob das so wirklich besser ist, ich weiß es nicht. Muss ich jetzt zeigen. Achso, dann müssen wir ja da die Treppe hoch. Das wird jetzt der hier wohl sein, ha? Ja, klar. Der ferne Tempel. Der ist wirklich fern. Ach, echt jetzt? Lasst mich doch in Ruhe. Skelett-Pferde. Nu? Ich hab sie getötet. Das war knapp. Ah, mir nimm alles mit. Vielleicht kann man ja irgendwann noch irgendwas noch bunkern, verkaufen. Keine Ahnung. Der Mehrfachschuss ist cool. Der ab und zu mal kommt. Uh, ne schwere Armbrust. Oh, fast 200 Pfeile, ey. Ich bin zu sparsam mit meinen Pfeilen. 14. 14. Ähm, das ist nicht gut. Ich glaub, unser anderes Schwertchen war besser. Warte mal, wir nehmen nochmal den da in die Hand. Ja, 24. Ja, 24 wollte ich schon sagen. Irgendwie, ne? Aha, aha. Ja, und jetzt? Och, echt jetzt? So eine Ahnung. Passt. Und nu? Der Ferne Tempel. Finde den goldenen Schlüssel. Okay. Er lotst uns immer weiter wieder weg. Ah. Das ist jetzt das blaue Tor. Ich würd ganz gern die Sicht ändern. Soll ich mal ein bisschen so mit Mausrad drehen oder irgendwas, dass ich da rüber... Rüber... Rüber gucken kann. Verdammt nochmal. Toll. Ah, wir haben den goldenen Schlüssel. Immerhin. Und nu? Da zur Mitte. Was sind das für Geräusche? Aber ich hab doch den goldenen Schlüssel. Nee, warte mal. Was ist das denn? Ach, das ist der goldene Schlüssel und der kann mir auch abhauen, oder wie? Dem gäbe ich auch abhauen. Abhauen. Erzähl ich was. Aha. Boom. Ha. Ich hab's. Aber man merkt schon, die Schwierigkeit nimmt schon ein bisschen zu. Na, die Ambrusse ist besser. Na, ist er mehr da? Ist das in der Ferne-Tempel? Ach, jetzt kommt wieder hier. Ja, klar. War das schon alles? Ne, da ist noch einer. Und nun? Wie, noch mehr. Und nun? Noch mehr. Also jetzt ist doch mal genug, oder? Anscheinend nicht. So, jetzt aber. Ah. Geh in den Tempel. Ja, bin ich. Ah, du hast den uralten Wüstentempel. Bam, 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 bam. Welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen? 21 Zombies. Das waren doch viel mehr. Ja, gut. Unsere Truhe. Wunderbarer Weizen. Wunderbar. So, dann gucken wir mal kurz, was haben wir denn jetzt. Nichts. Entverwertende. Verwerten. Verwerten. Die ist besser. Das heißt, die können wir verwerten. Die können wir verwerten. Die können wir verwerten. Da können wir noch Bonusschuss draufsetzen. Jo. Und dann wären wir soweit. Also ihr kennt das Spielchen, wenn euch die Folge gefallen hat, ne? Abonnieren, kommentieren. Nein. Alles ist erwünscht. Es gibt wahrscheinlich nichts Neues. Hier kann ich auch keine Karte aufrufen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.